Ich glaube, das ist eins von meinen Favoriten. Jedes Mal, wenn man kommt, hat der Thomas irgendwas umgebaut und es gibt was Neues zu sehen. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, das ist mein Favorit hier. Ich meine auch nicht wie bei, ich glaube. Riesige Agarien. Willkommen zu meinem Video. Heute bin ich bei der Zoobox und ich mache eine kleine Ladentour. Jetzt findet ja das Aquaskeeping-Event statt, deswegen ist es relativ los. Heute ist der Samstag und ich denke, heute wird noch mehr los sein. Deswegen mache ich die Ladentour jetzt gleich und zeige ich so mal den Laden von Thomas. Also hier, wenn man reinkommt, ist erstmal Hund und Katzen und Nager Bereich. Hier ist das Aquail Ultrascape. Das stand, glaube ich, letztes Jahr auch schon auf der Messe, auf der Aquail Expo. Ist auch schon ein älteres Layout. Dann geht es hier weiter. Hier gibt es gerade so ein bisschen Special Merch von Kugelfischen. Ganz cool. Goldringlich Kugelfisch. Ist ein aufgeblüßter. Und hier geht es dann weiter. Das sind schon die ersten Leute, die einen Kaffee trinken. Und hier geht es dann weiter mit dem Hardscape Bereich. Der geht eigentlich bis hier rüber und auch noch ein bisschen weiter. Hier ist jetzt gerade der Workshop-Ariere drauf gebaut. Aber hier ist Hardscape. Hier zwei Amtrauer-Aquarien mit dem Hardscape reingebaut. Dann geht es hier mit dem Hardscape bloß. Da muss ich sagen, dass der Thomas echt eine krasse Auswahl. Also alle möglichen Wurzeln, was ich mir vorstellen kann. Rote Mowerwurzel XS, also kleine Rote Mowerwurzel. Dann hier Pinwood. Das sind so kurze Stamps mit einer flachen Seite. Das kann man auch gut benutzen. Dann hier Stumpwood. Schaut ziemlich ähnlich aus. Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Aber es ist viel ein bisschen kleiner, glaube ich einfach. Auch cooles Holz. Dann hier Branchwood. Auch interessant. Das sind irgendwie so Knüppel oder Fackeln. Also ich könnte man auch dafür verwenden. Aber da kann man auch sicher coole Wälder bauen. Dann geht es hier weiter mit Kinholz. Auch sehr nass ausgebaut. Das ist auch richtig viel. Und dann halt hier so riesen Teile. So riesen Wood Stamps. Ich glaube, hier sind überall ein paar verteilt. Das ist gar nicht klar. Hier sind noch mehr. Hier. Rote Mowerwurzel. Dann schauen wir gleich noch hier. Hier. Einige sind Talawa Wood. Das ist wirklich sehr viel. Also die ganzen Boxen sind auch komplett voll. Also da kann man sich echt austoben und alles ausräumen. Und die perfekte Wurzel finden für das, was man machen will. Hier noch mehr Beanwood noch größere Stücke. Also die sind auch sehr sehr cool. Ich erinnere mich ein bisschen an die Corbo Woods. Was über Liquid Nature haben. Aber auch sehr gute so Baumstümpfe. Dann geht es hier weiter. Mit Mangrovenholz. Auch schöne Wurzeln. Auch sehr große dabei. Und hier sind dann auch Korktronchos. Finde ich auch sehr cool. Weil für Terrarien gefallen mir sehr gut. Die nutzt sich auch manchmal für Aquarien. Vor allem für Terrarien finde ich sie sehr nice. Und da ist auch eine Riesenauswahl. Also kann man sich das Perfekte raussuchen. Ist halt alles ziemlich lang. Muss man halt abschneiden. Dann kann man dann mehrere Stücke davon verwenden. Also reicht dann auch. Dann geht es hier erstmal weiter mit Steinen. Hier Dragonstone gewaschen. Also auch gewaschene Steine. Ich glaube hier sind gerade ein paar dazu. Die sind eigentlich hier rüber wahrscheinlich. Oder irgendwo anders sind. Weil die sind nicht gewaschen. Aber die meisten davon hier sind gewaschen. Was auch sehr nice ist. Deswegen sind die ein bisschen teurer. Hier gibt es auch noch Drachensteine. Sonderaktion 2,50 Euro. Also die ganzen Restposten. Nicht die ganzen kleinen Steine. Und hier. Ich weiß nicht wo man das verwenden kann. Also die Wurzeln hier. Ich weiß nicht wo man die verwenden kann. Aber wenn man einen Zweck dafür hat. Ist sicher sehr nice. Also die sind riesig. Ich glaube die bekommt man sonst nirgendwo auch. Also. Es ist echt viel skurriles Zeug auch dabei. Dann hier. Ganz klassisch schwarze Lava. Mein Lieblingssteinart. Also das Wasserneutral. Schon immer sehr nice aus. Weil man so schöne dunkle und schön strukturierte hat. Das ist sehr cool. Natürlich auch da noch größere Steine davon. Dann hier. Minilandschaft. Ich glaube der Riesenstein war beim letzten Mal auch noch da. Also falls ihr da ein Riesenprojekt machen wollt. Dann findet hier auf jeden Fall auch was. Dann hier auch noch unterteilt. Also kleiner also mittel. Und dann hier noch ganz kleine Steine. Also. Ich denke mal dass die Paletten auch voll sind. Also da habt ihr auch viel zum Bericht schauen. Und hier. Einer meiner neuen Favoriten. Und zwar die Wild Rhino Stones. Ich hoffe dass wir die bei Liquid Nature auch bald mal bekommen. Weil die werden echt cool. Das sind so schiefer Steine. Aber so. Gewaschen so wie die Dark Blue Sky Rocks. Nur größer. Also. Auch viele große Steine. Und nicht nur so flache. Also die finde ich mega. Also auch solche Steine. Richtig richtig cool. Dann schauen wir hier gleich noch weiter. Hier. Ich weiß nicht was das ist. Steht nichts dabei. Das sind so Steine was man im Vorgarten benutzt glaube ich. Aber hier geht es weiter mit dem nächsten Highlight. Und zwar Sensor Stones. Auch von Adam Besteller. Der macht hier auch den Workshop hier. Und die Steine sind von ihm. Auch die Wino Stones. Und auch noch die Frodo Stones. Und die sind auch sehr nice. Damit hat der Fabian das Gäbling ein Aquarium eingerichtet. Beim Workshop. Also sehr coole Steine. Die werden auch so interessant. Dann ein paar Elephant Stones. Ein paar Harkai Stones sind hier auch. Wobei hier nicht so viel da ist. Also die ganzen hellen sind keine Harkai Stones. Aber die größeren hier sind gerade nicht so viel da. Sonst hier noch versteinertes Holz. Auch ein sehr cooler Stein. Den ich viel zu selten bis jetzt benutzt habe. Ich glaube erst einmal bei einem Aquarium. Muss ich irgendwann auch wieder mal benutzen. Schaut immer sehr nass aus mit Hüftwutze in Kombination. Dann hier noch dunkle Pagode. Gibt es auch bei Liquid Nature. Auch sehr schöne Steine. Dann hier ist noch so ein Mixed Haufen. Also Leute so Flusssteine gemixt. Aber ist eigentlich auch ganz nice. Wenn man da so ein Flussleit machen will. Mit lauter verschiedenen Steinen. Das ist auch so gut. Hier sind noch so ein paar Vio Sachen. Was ja auch bei Umliegen weiß ich nicht. Dann hier Beach Pebbles. Auf verschiedene Größen. Auch hier. Die könnte man vielleicht mit Harkai Stones sogar kombinieren. Weil die so sehr schön strukturiert sind. Und hier noch so andere Pebbles. Gibt es eh von vielen. Also ich mache da einmal weiter mit der Tour. Gerade ist der Workshop. Deswegen bin ich vielleicht nicht zu laut. Ich hoffe dass der Ton trotzdem passt. Hier vor allem noch mehr Steine. Also Frodo Stone und noch ein paar. Vielleicht zeige ich die noch. Aber da ist ja immer der Workshop. Also ich muss mal schauen ob da irgendwann Zeit und Platz. Das ist auch relativ voll wie man sehen kann. Also schon sehr cool das Event. Dann hier sind einige Aquarien. Super Fisch Sets. Finde ich auch sehr interessant. Zähnlich das aller hochwertigste. Aber so vor allem für Einsteiger. Hier 180 Euro. 60, 40, 38. Cooles Maß. Weißglas. Weißglas. Relativ gut verarbeitet. Und eine günstige Lampe. Also vor allem für so Anfänger. So ein einfaches Layout. Ist eigentlich gut geeignet. Vom Filter weiß ich nicht. Bin ich nicht sehr groß ein Fan. Würde ich eher einen Außenfilter benutzen. Aber sonst sind das eigentlich coole Sets. Die man hier auch so bekommt. Wenn man auch irgendwann anfängt. Eine coole Sache. Ansonsten hier einiges an Zubehör. Also verschiedene Sachen. Alles was man braucht für Aquaristik. Also wirklich alles. Von kleinen Mulmglocken. Also echt große. Große Dinger. Und hier auch für Verrohrungen. Für verschiedene Sachen. Dann geht es hier weiter mit Bodengrund. Also Kies und Sand. Also auch sehr viele Sachen. Hier von Mini Aquaristik. Auch so gemischte Sachen. Ist eigentlich genauso wie das von Vio. Also sehr sehr ähnlich denke ich. Auch so verschiedene Mixer. Was aber sehr cool ist. Und auch hier so ein Sandmix. Mit so groben Sachen. Und feineren. Sehr cool. Auch die Mini Huts. Was auch von Vio gibt. Also ziemlich ähnlich. Dann hier von den einer der Kies. Finde ich auch sehr cool. Vor allem für so kleine Portionen. Kann man gleich aus der Dose gut dosieren. Wo man es haben will. Wenn man so einen kleinen Sandbereich haben möchte. Wenn etwas schöner sein soll. Passt es ganz gut. Dann hier oben. Noch die restlichen Bonsais. Bin ich nicht so der große Fan von denen. Es gibt auf dem Video auch welche. Finde ich nicht ganz cool. Aber ja. Bin ich so der große Bonsais Fan. Aber sonst geht es hier weiter mit. Mehr Bodengrund. Nährboden. Verschiedene Arten. Substrate. Und dann natürlich Soll. Auch Tropica Soll. Das auch mein Favorit. Also Tropica Soll. Das ist wirklich der Beste. Den es aktuell gibt. Wenn ich auch am liebsten verwende. Dann auch noch. Der Kleber. Natürlich. Der Landscaper Liquid. Von Arca. Von Mycob Lift. Ist der Beste. Natürlich. Der Landscaper Liquid. Von Mycob Lift. Wenn ich auch nur verwende. Und hier noch der Gel. Ein Beispiel für Pflanzen. Dann aufkleben. Der Liquid ist ja. Für das Harzgeb zum Verkleben. Dann. Hier noch mehr Soll. Einmal hier. ADA Soll. Shihiro Soll. Hier gibt es auch noch. So alte. ADA Soll Arten. Also. Hier den. Malaya. Soll. Also. Habe ich noch nicht verwendet. Aber sonst. Ja. Mehr zum Verkleben. Auch die Bully Clou Arten. Zum Verkleben. Also alles was man braucht. Für ein Aquascape. Von ADA gibt es von Thomas relativ wenig. Also. So. Hier. So ein paar Bodengrundarten. Aber auch. Ja. Normaler Soll. Der Light. Okay. Gibt es auch nicht mehr so häufig. Und hier noch so ein paar Zusätzungen. Nicht viel. Also generell. ADA hat der Thomas nicht zu viele Sachen. Dafür halt andere Sachen. Dann geht es hier weiter mit noch mehr Kies und Sand. Also. Wirklich. Extrem viel Auswahl. Da findet man auf jeden Fall irgendwas. Und hier geht noch weiter mit noch mehr Zubehör. Heizstäbe. Thermometer. Schläuche. Alle möglichen. Dann hier. Glasern und Auslässe. Ehem. Zubehör. Adapter und so Zeug. Dann kommen hier die Filter. Außenfilter. Filtermaterialien. Noch. Hier jetzt weiter vorne. Dann haben wir die Filter weiter. Kescher. Und halt noch Filtermaterialien. Also alles was ihr so braucht. Also alles was ihr so braucht. Auch hier. Osmosetechnik. Auch die ACA Osmosanlage. Auch sehr zu empfehlen. Da knitz ich weiter mit noch so ein bisschen Kunstdeko. Nicht in meinem Fall. Aber gibt es ja auch. Dann hier. Futter und Lampen. Zeige ich euch nicht so im Detail. Das ist eigentlich nicht das Interessanteste. Hier noch mehr so Keramikhöhlen. Also auch so Futterschalen und sowas. Also auch eine gute Sache. Dann hier noch CO2-Technik. Und Dünger hier vorne. Und das ist so das meiste an Hardware. Also echt viel. Auch viel Platz. Und hier geht es dann weiter mit den Fischen. Hier hat der Thomas echt große Pläne noch. Also riesige Agrarien. Die sind echt krass. Ich glaube das sollen so Kontinente immer sein. Also es ist mehr fischlastig. Es soll schon im Jakobskipping Richtung. Aber halt hauptsächlich für Fische in der Größe. Ist halt echt krass. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Also das ist echt riesig. Hier geht es dann weiter. Die Fischenlager ist neu. Die stand letztes Mal noch da drüben irgendwo. Aber noch leer. Und dann steht sich hier. Hier sind einmal Garnelen und Krampfische. Also auch alles mögliche an Tieren. Also dafür ist der Thomas ja bekannt. Und hier ein paar super Crystal Red Garnelen. Dann hier noch mehr. Die schwarz. Hier noch andere. Also echt viel unterschiedliche. Hier noch mehr. Da sind dann die Red Bee Garnelen. Dann hier oben Kampffische. Aber soweit ich das gesehen habe, hat der Thomas noch so kurzflößige Kampffische. Was ich auf jeden Fall besser finde. Weil die mit den langen Flossen, die können einfach nicht gut schwimmen. Will ich euch nicht empfehlen. Holt euch, wenn ihr welche wollt. Solche mit kurzen Flossen. Aber nicht die mit den langen Flossen, die überzüchtet sind und nicht mal richtig gut schwimmen können. Hier unten sind es noch mehr Garnelen. Ich denke es sind auch so Standard Sachen dabei. Wie Red Willi Garnelen. Wie Red Willi Garnelen. Hier so auch Orange Zwerg Garnelen. Dann hier ist glaube ich ein Mix. Da steht auch nichts dabei. Dann hier Red Sakura Garnelen. Und hier Blue Jelly. Dann hier unten noch Bloody Mary Garnelen. Hier nochmal Red Willi Garnelen. Dann hier aber Raccoon Tiger. Schaut auch interessant aus, finde ich. Weil die halt nicht so rausstechen, wenn man etwas geht. Und hier noch Blue Velvet Garnelen. Dann geht es hier weiter mit Malawi Richtung. Soweit ich das einschätzen kann. Deswegen kenne ich mich gar nicht aus. Weil es sind halt so große Barsche. Aber auch ein interessantes Thema. Kann man auch ein cooles Aquarium anrichten. Nur mit Steinen. Ein richtig schöner Aufbau. Und dann so Malawis rein. Finde ich auch interessant. Und auch irgendwelche Wälse. Sehr große Fische auf jeden Fall. Hier noch eine kleinere. Ich werde jetzt hier einige Fische zeigen. Aber nicht alle. Ich habe auch ein Video gemacht. Wo ich euch die Besonderheiten zeige. Also besondere Fische. Kommt euch hier später raus. Da könnt ihr auch noch reinschauen. Schauen wir was es sonst noch gibt. Neben den ganzen Malawis hier. Hier sind noch mehr kleine Aquarien. So wie ihr es sehen könnt. Hauptsächlich Schnecken. Also auch viele verschiedene Schnecken. Verschiedene Arten von Geweihschnecken. Stahlhelmschnecken. Andrazitenabschnecken. Prosthandschnecken. Alles was ich an Schnecken so wünschen kann. Denk ich gibt es hier auch. Dann geht es hier weiter. Auch noch ein paar exotischere Fische zum Teil. Was ich noch nicht so richtig gekannt habe. So wie der Buckelkopf. Was steht hier? Buckelkopfbuntbarsch. Finde ich aber auch cool. Weil die auf den Steinen liegen. Und eigentlich so herumliegen. Und nichts machen. Schaut auch irgendwie cool aus. Dann sind hier noch ein paar Honigkoramis glaube ich dabei. Dann hier drunter noch mehr Barsche. Hier ein paar Regenbogenfische. Hier unten ein paar Kongosalmler. Die auch schon teilweise ganz schön nachschauen mit den Flossen. Das dauert immer ein bisschen. Also falls jetzt Fische dabei sind, die ihr interessant findet. Dann schaut auf jeden Fall in das andere Video dabei. Weil ich werde euch jetzt die vom anderen Video natürlich nicht nochmal hier zeigen. Hier sind noch Fische, was ich nicht gezeigt habe. Und zwar indische Glasbarsche. Das sind auch sehr interessant. Hier sind noch Streifenhechtlinge. Das sind auch sehr cool. So Oberflächenfische. Das sind halt in den offenen Aquarien immer schwierig. Auch so wie hier die Schnabelhechtlinge hier drüben. Aber an irgendwelche Oberflächenfische habe ich für meinen Juwel-Aquarium gedacht. Also vielleicht so Hechtlinge, jetzt nicht genau die. Oder halt Reibäuche wären auch cool für die Oberfläche, für das Juwel-Aquarium. Dann gehen wir jetzt hier weiter mit dem Goldene Kongosalmler. Die habe ich überlegt für das 120G. In Kombination mit den Kugelfischen. Wären schon sehr cool. Wären auch nicht so groß. Und schauen richtig gut aus, wenn die schon ein bisschen größer sind. Also die wären eine Option. Hier drunter sind noch andere Kongosalmler. Und zwar schwarz-blaue Kongosalmler. Sieht man hier gar nicht so. Ist ein bisschen Schwarzwasser. Wenn sich die halt hier im Aquarium auch wohlfühlen. Die fallen mir jetzt nicht. So wie die Goldene. Aber sind auch ganz cool. Dann ist hier noch so ein Riesenteil. Ich weiß gar nicht wie viele es davon gibt. Drei oder vier. Da bin ich sehr sehr gespannt, was da aus wird. Dann sind hier noch viele große Fische. Verschiedene Barsche und so weiter. Und auch so große Panzerwäuse. Und hier so ein riesen Plecko. Den habe ich aber auch schon gezeigt. Dann sind hier mehr Fische, die es auch bei Liquid Nature gibt. Also so kleine hier. Eigentlich sind es wieder so Ringehechtlinge. Und Hechtlinge. Die sind eher nicht so viel Aquas gibt. Aber hier die Normansleuchtaugenfische. Oder hier die verschiedenen Poraras. Die sind immer sehr sehr cool. Vor allem auch im großen Aquarium finde ich die auch cool. Wenn man da eine große Gruppe hat. Die herumschwimmt, dann wird das Aquarium noch mal größer. Finde ich auch immer sehr nice. Dann hier noch Kubut-Eis. Dann noch mehr Poraras. Dann hier drunter Bitterlingsbarben. Also wir fangen die Barben an. Dann haben wir die Bitterlingsbarben. Die werden ja auch richtig rot, wenn die älter sind. Und adult sind. Und es denen gut geht. Dann hier die Angola-Barben. Die werden auch noch um einiges größer. Aber die sind auch sehr cool. Aber sie sind ziemlich gestresst. Also da schwimmen schon viele rum. Im Aquarium brauchen schon ein großes. Also brauchen auch schon ein größeres Aquarium. Bitterlingsbarben für mich. Dagegen um einiges entspannter. Dann sind hier noch Popakovs-Barben. Auch sehr schöne Fische finde ich. Sieht man auch nicht so oft. Dann hier noch mehr Klassiker. Hier Espais-Kleifleck-Bärblinge. Ich bin vor allem ein sehr guter Fisch für Aquascapes. So dann hier sind noch Ladegenzia-Ralofi. Finde ich auch sehr cool. Fisch aus Afrika. Die gefällt mir auch sehr. Und ja hier noch für Kürtel-Barben. Und noch mehr Barben. So hier sind noch mehr Aquare. Einmal das von Fabian. Und dann das, was der Dave Chow noch anrichten wird. Wahrscheinlich wird das die Theresa anrichten. Im Workshop später. Dann gibt es hier noch einige Kugelfische und Schlangenköpfe. Die sind dann im Special-Video drinnen. Auch so den Rest der Fischanlage. Das sind jetzt auch viele Leute. Aber das ist auch noch ein paar Standardfische. Und noch ein paar besondere Fische. Dann gibt es hier ein Aquarium. Das ist so eine Mischung aus Chow-Aquarium mit ein paar Pflanzen. Eine Verkaufsanlage. Hier sind die Fantastik-Kongosimler. Oder die Feuerroter Kongosimler. Die schauen dann auch richtig gut aus. Jetzt noch nicht so. Aber wenn die dann ein bisschen größer sind. Sollen die richtig richtig nice ausschauen. Die wären auch eine Option statt den goldenen. Also die gefallen mir auch sehr. Und hier ist auch noch ein Goldringe-Kugelfisch irgendwo. Und zwar hier. Hier hinten versteckt. Dann gibt es hier einige Invitros. Hier sind noch insgesamt vier Kühlschränke. Jetzt auch die eigenen von Zobox. Mit den großen Töpfen. Dann kommt hier ein Chow-Aquarium. Und ich glaube das ist eins von meinen Favoriten. Das schaut richtig gut aus mit dem grünen Lotus. Das gefällt mir sehr. Also ein sehr schönes Aquarium. Auch mit Kongosimler glaube ich. Also schaut richtig gut aus. Dann ist hier neben den anderen Invitro-Kühlschritten noch ein Schau-Aquarium. Was auch richtig gut ausschaut. Das hier die Hotales im Hintergrund. Das könnte die Blood-Red sein. Weil die so richtig rot ist. Vielleicht könnte das die Hara sein. Das jetzt noch ein paar Mal zurückgeschnitten werden muss. Damit sie noch mehr rot wird. Da sieht man den Unterschied ganz gut. Die Blood-Red ist halt einfach nochmal mehr rot. Aber sehr cool. Also das ist, denke ich, noch nicht so alt. Oder zumindest zum Teil neu gesetzt. Also hier auch. Der Bodendecker ist halt nicht ganz dicht. Hier ist dann Erich Haares. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht das Einzige, das mir den Aquarium nicht ganz so gefällt. Jetzt will ich genauer schauen. Das ist halt hier ist. Hier ist Monte Carlo, denke ich. Oder Hemanthus Cuba. Dann ist hier Erich Haares. Und dann ist hier wieder Monte Carlo. Ich denke, mir wäre es besser gefallen, als einfach gemischt wäre. So miteinander. Aber ich glaube das Konzept ist einfach die Pflanzen herzuzeigen. Weil hier lauter so Büsche sind. Fast in so einem hollandsten Aquarium. Hier Talabalici. Hier noch Polysperma rosa Nervi, glaube ich, ist das. Hier hinten noch Pobus Devon erectus. Oder Altygenensis heißt hier mittlerweile. Dann hier noch die Fida. Korallenmoos. Und noch viel mehr Pflanzen. Hier auch Pobede Cardinalis Mini. Dann kurz Falandra. Und hier oben noch ein paar andere Pflanzen, wo es raus wachsen. Zum einen eine Lagnananta, glaube ich, müsste das sein. Eine Hubios Casillas. Und hier die Wassermimose. Da habe ich von Tobi hier von der Zobox eine Portion bekommen. Also sehr cool. Freut mich sehr. Die finde ich sehr cool, weil die so Holster bildet. Also die Dinger hier, wo sie drauf sind. Das ist kein Styropor sein. Das ist von der Pflanze selbst. Das sieht aus wie Styropor. Aber das macht die damit zu schwimmen kann. Also echt sehr interessante Pflanze. Dann ist hier so ein Raumteil-Aquarium, was auch wirklich den Raum gut teilt. Ein Oase. Das stand gar auch auf der Messe. Ich habe das auf der Messe frisch eingerichtet. Also vor ein Jahr. Hier sind aber ein paar Algen drin, was ich schon gesehen habe. Also hier überall so ein bisschen. Aber dennoch im Großen und Ganzen schaut das ganz gut aus. Dann geht es hier weiter auch mit einem frischen Aquarium. Ein 60er. Das ist auch frisch bepflanzt mit sehr vielen Pflanzen, die ich jetzt auch auf den ersten Blick gar nicht kenne. Also die im Hintergrund sagt mir jetzt nichts. Das ist die Flamingo. Sie guckt die Kräne Flamingo. Das ist eine, ich denke, Aerokollen. Aber ich weiß gar nicht welche. Dann gibt es die Japonika. Und hier bin ich mir auch nicht sicher, was das für eine Stängelpflanze ist. Die ist auch gerade beim Umstellen. Das kann man ganz gut sehen. Oben so längliche Blätter. Unten so runde Blätter. Das sind die ehemersen Blätter, die über Wasser gewachsen sind. Dann sind hier noch zwei Harzgepack-Aquarien. Einmal im Darkstad mehr oder weniger. Mit Drachensteinen. Schaut auch sehr spektakulär aus. Und hier noch eines mit den Frodo-Stones. Die Aquail-Aquarien mit 90cm Tiefe. Das ist echt krass. Und das sind echt krasse Fotos bei uns. Also schaue ich mal den großen Herrn, wie schön strukturiert er ist. Dann ist hier so ein kleiner Oase-Stand, wo sie den neuen Filter zeigen. Es gibt ja jetzt eine neue Version von Oase Biomaster. Der hat ein neues Vorfilterrohr. War ja immer so, dass wir die alle eigentlich vorgebaut haben. Und jetzt haben sie eine Form mit mehr Löchern. Endlich. War lange Zeit. Und sonst sind noch ein paar Sachen verbessert. Ich glaube der Kopf oben ist ein bisschen verbessert, dass das Wasser besser rausfließen kann. Und die Ein- und Auslässe sind jetzt neu. Dass die rund sind und nicht mehr so eckig, damit halt mehr Wasser durchkommt. Ist jetzt für uns wahrscheinlich für die meisten Aquascape egal. Aber wenn man die benutzen will, sind die jetzt auf jeden Fall besser als vorher. Dann ist hier noch ein 60F. Auch sehr cool mit Mini-Landschaft. Viel Moos. Also vor allem Moos. Und ich glaube hier noch ein bisschen Christmas-Moos oder so. Und viele Aufsitzabplanzen. Also viele Puzziferlandras, Anubias. Ich glaube ich sind auch dabei. Ein paar kleine. Oder es könnten auch nur Anubias nur Puzziferlandras sagen. Genau. Auch sehr schön. Dann hier ist noch das Licht aus. Ich glaube da werde ich euch nachher noch Aufnahmen einblenden. Aber hier sind auch verschiedene Aufsitzabplanzen. Ich werde jetzt noch Aufnahmen machen, was ihr jetzt gerade seht. Wenn ihr jetzt nur ein schwarzes Aquarium seht, was nicht so hell ist, dann habe ich keine Aufnahmen davon gemacht. Dann steht hier das Aquarium von Adam Pastella, was er gestern eingerichtet hat im Workshop. Das schaut echt spektakulär aus. Richtig krass. Das wird nicht bepflanzt. Das bleibt so. Deswegen wurde auch hier nur Sand verwendet. Aber es schaut mega gut aus. Hier ist noch ein Paludarium. Das finde ich richtig gut. Ich glaube das ist mit mein Favorit hier. Also in so einem Dennerle Cube. Ich glaube es ist ein 70er Cube. Hier ist ein Wasserteil. Und die Pflanzen sehen einfach mega gut aus mit der schwarzen Lava. Hier Korallenmoos, andere Moosarten. Verschiedene Aquarienpflanzen, aber auch Terrarienpflanzen. Hier oben zum Beispiel. Und hier eine schöne Orchidee. Und hier noch ein paar Hotalas. Also richtig, richtig nice. So dann hier noch was von der Fischanlage. Das sind auch noch ein paar coole Fische. Also ich glaube da braucht man Tage, damit man alle Fische sieht. Hier zum Beispiel filmen gerade hektischere die Dornaugen. Da sieht man den Röhren. Die sind richtig viel in dem Aquarium. Aber die sind halt meistens versteckt. Aber die finde ich auch richtig cool. Also irgendwann möchte ich ein Aquarium haben mit Dornaugen. Also mal schauen. Vielleicht passt es mal in irgendeinem der nächsten Aquarium. Dann hier sind noch ein paar besondere Fische. Hier einmal Flundern. Die zeige ich euch in dem Fischvideo. Dann hier noch so kleine Welsen. Also Delta, Flügel, Zwergwels. Ist auch richtig interessant. Dann hier noch Kugelfisch. Hier oben sieht man auch an. Und auch witzig aus. Nicht besonders aus. Das sieht man auch nicht überall, glaube ich. Und hier noch ein paar Welsen. Und halt noch viele weitere Fische. Dann hier. Hier steht einmal noch ein Aquarium. Mit vielen seltenen Pflanzen. Ich glaube jeder davon ist irgendwie in einer Rarität. Also hier der Lotus zum Beispiel. Schaut richtig krass aus. Ein richtig knallpinkes Blatt. Mit einem kellgrünen, neongrünen Stil. Richtig cool. Dann hier noch so ein kleiner Lotus. So ein roter. Der richtig rot ist mit grünen Punkten. Also irgendwie schaut der auch besonders. Ich glaube es ist auch nicht ein normaler Tigerlotus. Noch ein bisschen besonderer. Und generell auch die Pflanzen, die da drüben waren. Die schaut sich auf jeden Fall besser aus mit CO2. Ist auf jeden Fall für die besser als ohne wahrscheinlich. Aber schaut auch cool aus. Ist halt auch so ein Showcase Tank. Was für Raritäten es gibt. Ich glaube die meisten gibt es aber auch nicht zu kaufen. Aber man sieht sie zum Beispiel hier mal. Dann ist hier das Aquarium, was der Roland eingerichtet hat. Gestern beim Workshop. Gefällt mir auch sehr gut. Ist auch so Biotop-Style. Aber in Aquasgebien Richtung. Ich glaube das hat auch Zukunft. Dass man auch mehr als Aquarien macht. Die so in die Aquasgebien Richtung gehen. Aber auch so Biotop-Richtung. Eine Kombination, die dann auch ein bisschen pflegeleichter ist. Da möchte ich auf jeden Fall in Zukunft auch mehr machen. Okay hier noch ein paar Steine. Vor allem hier die Dracula-Stones sind sehr cool. Das sind auch so ein Schieferstein. Aber auch so kantiger. Aber auch dickere. Also größere sind da dabei. Also die sind auch sehr cool. Vor allem auch sehr. Dann sind hier noch mehr. Das sind dann Dune-Stones. Auch sehr ähnlich zu den Frodo-Stones. Und hier sind dann noch Frodo-Stones. Also die, die man auch schon kennt. Frodo-Stones. Und dann ist hier noch ein bisschen Holz. Das sind so Tüftwurststücke. Die echt krass groß sind. Also ich weiß nicht wie groß das ist. Ich glaube das ist größer als ich. Also echt riesig. Auch die hier vorne. Die Struktur ist sehr cool. Dann hier noch mehr Twischtwood. Dann Stinkwood. Das ist denke ich auch viel Twischtwood. Oder auch eine andere. Zum Selektion einfach. Genauso wie hier auch eine Art Twischtwood. Also sehr viel Holz und Steine. Was man hier bekommen kann. Okay das hätte ich jetzt fast vergessen. Weil hier der Workshop stattfindet. Hier ist ein Schau-Aquarium. Hier ist gleich dabei. Der Stefan und der Thomas. Zum helfen. Und hier ist noch die neue Pflanzenanlage. Das sind insgesamt sechs Stück. Ein Meter. Also sechs Meter insgesamt. Hier einmal mit Unterwasserteil. Für Submesserpflanzen. Die Pflanzen muss besser Submesser wachsen. Zum Beispiel halt so einen Pfoides. Die Lotusarten gehen halt nicht über Wasser. Und hinten halt über Wasser. Ich schiebe da mal auf. Schau mal hier ran. Also sehr viel Pflanzen. Auch seine eigene Zoo-Box-Labels. Also auch Pflanzen, was es hier überall gibt. Zum Beispiel Diagnobias hier. Finde ich richtig interessant. Also Kongensis heißt die. Schaut sehr cool aus. Also sind schon coole Sachen dabei. Also hier noch weiter. Weil ich will euch nicht alles zeigen. Wenn ich jetzt nicht hinten proben. Workshop hinten herumlaufe. Aber ja. Ich denke das war dann alles so. Hier drüben ist noch eine Fischanlage. Mit noch mehr Fischen, Lebendgebärenden. Und noch so Standard Fische. So Salmlauf. Und das war's dann auch mit der Ladentour. Ich hoffe es hat euch gefallen. War ein bisschen durcheinander. Und von Ton wahrscheinlich nicht so gut. Weil halt viele Leute hier sind. Und die Workshop stattfinden. Aber ich finde den Laden immer wieder cool. Und jedes Mal wenn man kommt. Hat der Thomas irgendwas umgebaut. Und es gibt was Neues zu sehen.